Onno, ich muss mit dir reden. Was ist los, Kurs? Eine blanke Katastrophe. Ein anonymer Brief, dich betreffend, Onno. Mich? Ja. Warst du 67 auf Kuba? Ja. Hast du an einer Revolutionskonferenz mit Fidel Castro und den anderen Kommunisten teilgenommen? Ja, und? Hast du geglaubt, du kommst mit einer derartigen Macke in deiner Biografie ins Verteidigungsministerium? Warum hast du mir das verschwiegen, Onno? Für mich war das ein komischer Zufall, ohne Bedeutung. Herr Gott, wie naiv bist du eigentlich, Onno? Weißt du, was du da mit der Partei antust? Die Regierungsbildung ist jetzt vielleicht wieder gefährdet. Verdammt nochmal. Ich habe nichts zu verbergen.